Bei manchen Menschen drängt der Selbstschutz so stark in die soziale Isolation, dass sie aufgrund der fehlenden Konfliktbewältigungsstrategien lieber Beziehungen vermeiden. Kennst du bestimmt Menschen, oder? Vielleicht gehörst du auch selber dazu. Lösungsmöglichkeit. Ein eigener Privat-Tanzlehrer kommt zu einem nach Hause, bringt einem das Tanzen bei und man geht zukünftig auf Tanzpartys und erlebt die Welt anders mit einem anderen Blickwinkel aus der Perspektive eines vorausgeschulten Tanzkörpers, der dann in Kontakt kommt mit gleichgesinnten anderen Tänzern. Da kommt dann das Thema Musik, Bewegung. Für mich heißt es auch so ein bisschen Sport, Tanzen, Kommunikation. Wenn das Thema für dich interessant ist und da schon in dir etwas resoniert drauf, dann die Möglichkeit über den WhatsApp-Link, der um das Video herum zu ersichten ist, den findest du um das Video herum, oder über die Nummer 0176 840 44661 die Möglichkeit für dich mit mir, dem Sean, Sean Jerome McRae, in Kontakt zu kommen. Ich als ALETV IHK World Dance Council Gütesiegel ausgebildeter Privat-Tanzlehrer komme dann zu dir nach Hause und mache dich tänzerisch in deinen Wohnräumen fit. Lass uns in Kontakt kommen für deinen Tanzerfolg.